Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute, meine lieben Freunde, das Finale. 100 Euro pro Win. Das Ganze im Solo-Format. Das gibt's jeden Samstag und Sonntag. Die Qualifier und dann natürlich das Finale. Ich freu mich unglaublich doll da drauf, weil jedes Mal eigentlich ein Riesenspektakel. Wir sind immer noch im Sabaton. Falls ihr das auschecken wollt, gerne twitch.tv slash amar. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wir ziehen das auf jeden Fall mindestens bis Dienstag durch. Dann müssen wir danach kurz pausieren wahrscheinlich. Falls euch das Ganze gefällt, gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, ganz viel Spaß mit den Highlights. Einen Kommentar dalassen. Wichtig und richtig. War die Allianz hier mit dem Hammer? War die Allianz hier mit dem Hammer, Chat? Er hat noch Mads ohne Ende. Versucht ihr den Gegner hier zu WK? Er WK den Gegner. Er hat die Mads bekommen. Splashes. Er muss hammern. Oh mein Gott, Chat. Ich glaub, das ist der Win. Ich will's nicht jinxen, aber ich glaub, das ist der Win. Ich will's nicht jinxen. Es ist Top 9. Nee, Top 6. Es ist Top 6, Chat. Ich steh schon mal auf. Ich steh schon mal auf, Chat. Es sind schon mal die Standing Ovations. Top 4. 1 gegen 1 gegen 1 Situation. 1 v 1 v 1, Chat. Top 3. Er muss nur warten. Er muss nur, er muss nur warten. Genau das. Genau das. Oh mein Gott, 100er? Oh, oh. What? Weißt du, warst du nett? Was halten? 140, nein? Let's go! Let's go! Let's fucking go! Oh mein Gott! Geil, 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 geil. Einfach geil, Chad. Es ist so geil. Oh, warte mal. Vico? Ich habe gesagt, Chad, bei vier Siegen überlege ich mir das mit der Adoption. Ja, stark. Mats Refresh, den hat er gebraucht. Mats Refresh, den hat er gebraucht. Und nochmal eine lila Pump. Und vier Splashies. Wahnsinn. Ich finde zum Beispiel in der Rotation muss man nicht mit Metall oder Brick bauen, Chad. Da kann man auch einfach mit Holz bauen. Nur noch Holz, Chad. Er könnte hochhammern, aber ich glaube, das ist ein bisschen early. Oh, das ist smart. Das ist smart. Das ist eigentlich smart. Holy shit. What? Okay, weiß ich nicht. No way. Gegner sau nervig. Gegner sehr nervig. Jetzt hat er keine Mets mehr. Das ist halt das Ding. Entweder kriegst du damit High Ground und gewinnst auf jeden Fall die Runde. Oder du griffst dich halt selber ein bisschen damit, Chad. Das ist dann so ein bisschen 50-50 aus der ganzen Sache. Aber er kann es trotzdem noch gewinnen. Also das versteht mich nicht falsch. Oha? Hinter dir, hinter dir. Habi Welby. Nice! Cypher-Mets. Unendlich viele Cypher-Mets. Warte mal, Top 4. Warte mal, Top 4. Da ist noch Brick. Warte mal, er hat Cap-Mets. Hier sind so viele Scheiß-Bäume. Boah, der ist so klein und blendig und flink. Top 3, Chad. 1 gegen 1 gegen 1 Situation. Kann er den Verdiel Classic machen von gerade eben? Rein. Oho. Doch, kann er? 1 v 1. 1 v 1. Er hat Cap-Mets. Oh mein Gott, er gewinnt das. Ja! Let's go! Du bist der Beste! Er ist der Beste. Er ist der Beste, Chad. Er hat so klein und quirlig gespielt. Ist das geistesgestürzt. Und raus da. Und raus da, mein Freund. Stark, war die all. Solo-Cash-Cups on-stream ist das Beste, was es gibt. Ja, plus 1. Und hier wird gegrieft. Ach, das ist scheiße. Keine Mets mehr, Chad. 120 Mets noch für meinen Sohn. Er könnte nochmal Zone spielen. Top 12 Situation. Er könnte nochmal Zone spielen. Nice! Seifen. Null Bills. Null Bills. Nein, das ist sauber. No way. Oh mein Gott, Decker. War die all. 1v1v1 Situation. 1. 1v1. Okay, 1v1. War die all. Ah, der Typ ist gut. Nein, of course. Besser spieler gerade. Oh! Stark. Sehr schön, Letty. Für Fortnite. Oder wie hat der keine Hammer? Der hat keinen Hammer gehabt. Es geht zurück. Es geht wieder auf den Berg hoch. Das war das Geile, dass er nicht komplett runtergedroppt ist, Chad. Das war dann sehr, sehr geil. Hammer, 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 Hammer. Hat er. Christian Dior. Christian Dior mitnimm. Huh? Ja, schade. Bro, no fucking way. Sterb ich so dumm, Decker. Du stirbst nicht, mein Sohn. Boah, ist das krass. Boah, ist das krass. Das ist einer links neben ihm. Bro. 1v1v1 Situation. No way. What? Ja! Ich bin der Beste. Oh mein Gott. Oh, ne Hammer, Digga. Oh, ja. Baby, come down. Come down. Ich schwöre euch. Ich bin so ein Simbi, Digga. Geil. Oh, ist das cool. Muss ich jetzt ganz schön sagen? Das ist gut. Ist jetzt ein Sieg schon geholt. 100 Euro. Ja? Ja? Ioi. Er ist so gut. Er ist so gut, Chat. Hilfe ist er gut. Aber dicke Liebe zurück, Bruder. Oh mein Gott, was ist denn das? Dankeschön, Bro. Vielen Dank für den Big Support. Bei wem ist alles was geflogen? Digga, es ist immer so zum Erschrecken. Nice. Nein, 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 nein. Das ist nicht heilt. Das ist nicht heilt. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh, 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 oh Nice What? What? Du hast Metz hoch zu gehen, ehrlich Oh, nütz einen nur noch Let's go! What the fuck? Ah! Digga Es ist zu einfach, Digga Es ist zu einfach Es ist mein Sohn Oh mein Gott Mein Sohn Hype macht das gut Bis jetzt macht das Hype sehr sehr gut Er hat sogar noch 12 Splashys, 800 Metz Chat Da kracht's komplett Also er könnte hier ne richtig gute Runde rausholen Oder Unlucky sterben, kann auch passieren Top 8 Chat Oh Gott Warte mal, er geht auf Hype Was denn das? Was denn das? Über ihm Okay Okay Top 4 Gefällt mir, was ich hier sehe Oh Oh Kein Heal One Was? Keine Metz Ja! Hype! Du bist der Beste. Laber nicht. Mittlerweile, mittlerweile, mittlerweile. Let's go. Let's go, baby. Viko. Ich habe gesagt, wenn Viko heute vier wins holt, überlege ich mir das mit dem Sohn sein. Ich bleibe auf Viko mal drauf. Hä, wie hat er denn Kill gerade geholt? Ach, durch Fallschaden wahrscheinlich, ne? Wie ist der Rasenmäher eigentlich damals entstanden? Bro, das war einfach random. Aber es war geil. Oh, schöner Kill. Digga, Viko, warte mal. Aqua im High Ground, ne? Dadurch ist der Rasenmäher entstanden, glaube ich. Nice. Splashies. Warum bleibt er so lange in der Zone? Der Mann hat so viele Mets. Oh nein. Hier kracht's. Digga, aber direkt den Layer-Switch-Chat. Und dieser Layer-Switch ist so nice. Er ist so gut und aussehen, Chat. Aber nur Siphon-Mets. Eine Minute geht die Zone und er hat nur Siphon-Mets. Oh mein Gott. Let's go! Ja! Let's go! Stop using it, Chat, baby! Let's go! 150 Dollar! Ja, Mann! Ja, Mann, das... Das ist so boring, Digga, der Typ auf oben hat 1000 Mets. Erster, erster, zweiter, dritter und vierter Hilfe. Boah, das würde mich nerven. Er muss ganz viel vorbauen. Boah! Connect dich am Berg, ne? Ja, sowieso. Ah, weiß ihn nicht. Weiß ihn nicht. 1v1v1. Der muss hoch, der muss hoch. Er kracht's. Er kracht's. Schade. What? Ja! Holy shit! Ich sag schade, Digga. Nice! Ich sag schade. Ich sag schade, wie so ein Bastard, Chat. Ich sag schade. Und der Junge bei dem kracht's komplett. Geil! Standings, meine lieben Damen und Herren da draußen. Sie sind ready. Jeder Sieg hat 100 Euro gebracht für die Teilnehmer. Und wir gucken uns mal an, wer hier heute komplett rasiert hat. Relvis, der Pole. Vier. Viko mit zweien. Wadial mit zweien. Reason war ja leider nicht qualified. Der hat keinen geholt. JJ Twong. Noah Rayleigh auch mit einem, logischerweise. Seti, der Pole auch mit einem. Malibuka mit einem. Techie mit einem. Pardosai mit einem. Ein Deutscher auf der Drei. Nexi Daxa. Cool. Best-Aimersky. Ach, du bist das! Skyv, Junge! Einer von unseren Zuschauern, Chat. Richtig und richtig. So, warte mal. Wen haben wir hier noch? Wen haben wir hier noch? Ey, das ist halt das Geile, ne? Oh, hier, Kohle-Mau noch. Guck mal, hier sind so viele Leute dabei. Die haben wahrscheinlich noch nie Earnings geholt. Und holen durch dieses Format halt... Hä, Lechi. Äh, holen halt durch dieses Format einfach Geld. Nice. 169 Leute haben hier Kohle mitgenommen. Digga, das ist einfach babamäßig. Ich liebe Epic Games dafür, dass sie dieses Format gemacht haben. Und Chat, ich sage euch eine Sache. Seid auf mein Announcement gespannt für nächstes Wochenende. Denn nächstes Wochenende gibt es eventuell Rasieren und Kassieren zurück. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Werde ich auf Twitter und auf Instagram announcen. Freue ich mich natürlich auf euren Support. Kein schwarz-weiß, ich seh alles nur in Farben. Nie mehr Hard Times, ja ich lerne aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit, musste alles hier ertragen. Nie mehr Hard Times, Hard Times.